Sie haben sich schon mal gefragt, ob Sie nicht mit Ihrer Geschäftsidee sich während des Studiums oder direkt nach dem Studium selbstständig machen wollen? Ein Start-up gründen? Dann ist der Kurs Entrepreneurship im fünften Semester bei den Wirtschaftsingenieuren genau das Richtige für Sie. In den ersten Wochen bringen Sie Ihre eigene Geschäftsidee ein oder entwickeln eine zusammen mit Ihren Kommilitonen und Kommilitonen. Das allein reicht aber nicht. Die Idee muss getestet werden, Sie müssen mit Kunden sprechen, Interviews durchführen, einen Prototypen entwickeln und den Markt verstehen. Genau das machen wir in dem Kurs, zusammen mit einer ganzen Reihe anderer Elemente. Sie lernen das regionale Ökosystem kennen, wir gehen zu einem Coworking-Space, es gibt Vorträge von Gründern und ein echter Banker kommt zu uns in die Vorlesung und erklärt, woher Sie das Geld erhalten können. Am Ende des Semesters pitchen Sie Ihre Idee dann, so wie bei der Höhle des Löwen, der Löwen, um herauszufinden, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Ich freue mich darauf. undisyع żeby bis zum nächsten Mal. Beratungsange und verore weibringen Untertitelung des ZDF, 2020